Clash Royale Free-to-Play Challenge Molle Leute Trimax hier, wir zocken weiter die Clash Royale Free-to-Play Challenge Es macht unfassbar viel Spaß Wir haben den Elektro-Riesen freigestaltet mit dem besten Deck, was man Free-to-Play bei ungefähr 5000 Trophäen spielen kann Es ist das beste Deck, Punkt, Ende, aus Und wir können es jetzt tatsächlich vollbringen heute, wenn wir es schaffen, 5 weitere Joker zu bekommen, damit der Elektro-Riese auf Level 10 geht Dafür müssen wir, ich bin gerade auf meinen Allzeit-Trophäen-Rekord von 4900, ich bin glaube ich nur 1-2 Games hinter Big Spin Wenn wir es irgendwie schaffen sollten, 5150 Trophäen zu erreichen, kriege ich 5 Joker und dann wäre der Elektro-Giant auf 10 Ganz, ganz krank Das werden wir heute machen Wenn euch das ganze gefällt, die Clash Royale Free-to-Play Challenge, aber auch Clash Mini und Clash Hero, was rauskommen soll Immer wieder Clash Quest, Clash of Clans und Brawl Stars Dann einfach den Kanal abonnieren, wenn ihr nicht genug kriegen könnt, gerne auf Second Try Und wir würden uns wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr den Crater-Code, Trimix, oder insgesamt, tragt einfach einen ein Irgendeinen, der verschwindet nach 7 Tagen, kostet euch keinen Cent, super sicker Support Dickes fettes Danke an jeden einzelnen Der den nutzt Okay, und jetzt gehen wir rein Fünf Das ist echt viel, ich hatte jetzt schon die ein oder anderen 250 Trophäen Wir gehen rein Wir gehen rein Ich hab das beste Deck in der Free-to-Play Challenge Ich bin kein besserer Spieler als Morton, Bigspin oder Flobby, aber Ich hab das beste Deck Sparky, Elektro-Giant Sehr viele Gegner Oh, perfect Sehr viele Gegner wissen sie nicht, ähm Wie sie dagegen spielen können Wie sie dagegen spielen können Das ist aber auch bad von mir Das sei denn, der Mega-Retter? Ne Der bleibt auf, der ist tot Er hat eine Elektromage, das wird's natürlich Das macht's einen Ticken schwieriger Sepp und Eismagier Oh, ich hab ja die Mutterhexe Ich hab erst zweimal die Mutterhexe gespielt Ich hab die Mutterhexe bekommen, für die, die sie nicht mitbekommen haben Das war in der letzten Folge Durch ein 500 IQ-Play Ähm Ich hab einen Joker einen legendären Joker auf einen Mega-Ritter gezogen Morton auf die Mutterhexe Und dann haben wir mit der legendären Tauschmarke Einfach getauscht Er wird jetzt hier gleich den Mega-Ritter bringen Ich glaube, ich versuche dann Den wegzuziehen Oh, nein! Ich hab doch die Spire-Firits erwischt Jetzt muss er den Elektromagier bringen Er muss den Elektromagier bringen Er ist ihn daneben gesetzt Aber er kriegt jetzt gar nicht mehr raus, ne? Er hat sogar einen Zap Er hat Zap-Elektromagier Er hat Zap-Elektromagier Er hat Zap-Elektromagier Er hat Zap-Elektromagier Und verliert gegen Sparky Er hat einfach Zap-Elektromagier Er hat einfach Zap-Elektromagier Das war bad 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 Er hat Zap-Elektromagier Er hat Zap-Elektromagier Ohne Turm kann ich den Sparky wahrscheinlich gar nicht mehr verwenden, oder? Scheißaber性.. Richtig, richtig schlechter Eismagier Das war's für heute. Jetzt kommt ein Big Play. Egal was er jetzt setzt. Oh, schlecht. Er trinkt gleich nochmal einen... Scheiße, ob ich da ran kann. Da ist schlechte Motorhitze. Das ist ein geiler Play. Guck mal, er setzt den... Oh, no! Tiebreaker gewonnen. Tiebreaker gewonnen. Und er hat immer gute Backdoors versucht links. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht. Aber warte mal, er hatte wirklich... Er hatte wirklich Sepp und Elektromagier. Er hat Sepp, Elektromagier. Und hat immer wieder günstige Einheiten. Mauerbrecher. Ist eigentlich auch ein Hardcounter von mir. Backdoor-Mauerbrecher. Muss er haben. Muss er haben. Schade, dass ich keinen Tornado ready hätte. Dann hätte ich ihn direkt wegschicken können. Hätte gerne. Das stimmt ja gar nicht. Krank. Oh, hat die Mutterhexe. Da muss ich mit der Skeleton Army aufpassen. Was hat er? Royal Ghost Level 10? Mutterhexe Level 10? Oh mein Gott. Hat er mich auseinandergenommen. Turm ist weg. Ey! Was soll das? Was soll das? Eben Gegner Sepp, Elektromagier. Jetzt hat er First Play Lightning. Ist doch scheiße so. Was ein Müll. Boah, war das Fivelio. Ein Lightning. Kranker Überraschungseffekt. Ich verstehe gerade gar nicht, was abgeht. Was ist denn los mit den Leuten? Der Lightning wird krank viel Value bringen. Das wird so oder so der ultimative Value Lightning werden. Oh mein Gott, das war sick. Ist der mit Mutterhexe hinterher? Wichtiger Hit, wichtiger Hit. Oh mein Gott, das ist der Turm. Ah, dummes Gelten Army. Ah, trotzdem Mutterhexe ist trotzdem tot. Also gut. Wer kriegt die Value Lightning aus der Hülle? Das ist ja alles noch was Schlechtes. Oh, die hat sich gut mit 2G. Okay. So, da wird ein Tiebreaker. Oh, dieses Mal gewinnt er leider. Scheiße. Ich geh mir jetzt extra viel Lightning Value. Jetzt kann ich den einsetzen. Was lebt noch? Nichts einfach. Ich dachte erst mal geht mehr Leben als die anderen. Oh ne, das ist so over. Das ist zu krass wieder. Der Lightning ist zu stark. Das hat er. Dann muss ich nochmal ein Ultra Damage versuchen links irgendwie. Es ist zu... Digga, was? Der Psyche doch einfach fünffach so schnell wie ich. Dreh durch. Und dann die Walküre immer. Dann hat er noch einen Infernoturm und die Hexe. Gott. Oh Gott. Das war... Wie lang ging das Game? Eine Viertelstunde? Boah. Okay. Nächstes Game. Zepp. Elektromagier. Elektrogeist. Lightning. Elektrodrache. Ich bin ready. Let's go. Das Ding kann er haben. Bitte. Na, Eismagier, Eismagier. Chill. Scheiß auf dich. Scheiß auf dich, Eismagier. Vielleicht Baby Dragon ist dran. Er hat kein Elixier. Ich setze noch das Kelten Army. Er hat kein Holz. Können die schneller sterben? Wie tanky ist die? Hä, was ist das? Welches Level ist meines Kelten Army? 7 oder 8? Bad. Kein Hit? Was war das? Weiß das einer zufällig vom Zuschauen? Ist Level 8? Ja, Level 8er Karte gegen Level 10er Karte. Normalerweise werden das noch richtig saftige, cremige, richtig leckere, nice Hits, Alter. Hätten die geschmeckt? Meine Güte. Hätte ich auch gar kein Abendgut mehr essen müssen. So sehr hätten die geschmeckt. Holtes raus, Holtes raus, Holtes raus. Schnell, schnell, schnell. Was hat er noch? Was hat er noch? Elektromagier, aber der stück schnell geliebt, ne? Und alles überlebt und das ist noch ein Schwein. Wichtig. Der ist weg. Wichtig. Und verteidigen wir links. Oh, noch ein Tower-Hit. Wichtig. Mann, was sind das Elite-Barbaren denn für scheiß Dinger? Oh, jetzt ist das Elite-Barbaren. Oh, jetzt ist das Elite-Barbaren. Oh, jetzt ist das Elite-Barbaren. Die Mutter-Hexe könnte jetzt, glaube ich, krass viel Dings machen. Oh, supergeiles Barrel. Fuck, der sweated und ist gut. War sogar ein geiler Nado zum Rüberziehen. Ich glaube, der Hexe. Shit Ach, der hat Holz und Barbarrel Der hat echt noch zu lost für die Welt Der hat Barbarrel und Holz Der hat Barbarrel und Holz Ich check das gar nicht Der hat einfach gewonnen Der hat Barbarrel, Holz und Feuerball Lust Wieso hab ich das nicht gecheckt? Wie kacke von mir Ich dodge sein Holz Und kann da was geiles machen Und wundere mich, warum doch auf einmal alles tot ist Barbarrel, Holz und Feuerball töte doch einfach einen Sparky Das ist ein geiles Deck Das ist ein geiles Deck Das schaffen wir Ich brauch mehr als 5000 Ich sag alle 5000 Schaffst du aber Ich brauch 5150 Ey, das wird kein leichter Stream Niemand hat gesagt, dass die Free2Play Challenge leicht wird Niemand Ach, super Bitte einmal angreifen Ah, okay Normalerweise haben sie null Leben und schaffen nur vier Hits am Turm Jetzt hat er full life und kriegt nicht einen Hit raus Weil er geslowed ist Oh, hallo Ich bin ein scheiß Elite-Barbar Scheißkarte Viel zu lang ein Sendungsdaueralarm Gleich App neu starten Achso, du spielst jetzt auch noch Du spielst Mega-Ritter und Inferno-Dragon Ich hab das richtig verstanden, ja? Okay, Giant hinten, jetzt kann er eben Nee, macht er nicht, okay Okay, die Games werden schwierig Ach, Digga, jetzt hat er echt noch einen Freeze mit Der schwört, dass er seine Agenda Mit diesem Freeze noch, ja Das gelten Armys Surround klappt immer überraschend gut Für so einen Mega-Ritter Noch ein Set Oder ein Sticker-Set Er hat nicht die Füße, ne Weg von meinen Sachen, bitte Oh mein Gott, der kriegt noch diesen Hit durch Wahnsinn, 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 Wahnsinn Gewonnen, gewonnen Ey Elite-Barbaren Mega-Ritter-Inferno-Dragon-Freeze Ist das Meta, das alles Stunt Ich muss die anderen fragen Der hat ein super starkes Deck Hallo Nein, 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 nein Ich habe gerade eine kurze wichtige Frage Seid ihr gerade in-game? Ja Ja, aber ist okay, kannst du reden Ich spiele die ganze Zeit gegen 4.900 So, ich bin so bei 4.9 Jeder Gegner hat entweder Elektro-Magier, Zap-Lightning Oder Inferno-Dragon-Freeze Das ist normal Oder Elektro-Dragon, Elektro-Magier, Zap-Lightning 4 Stunts, ist nicht so angenehm für den Sparky? Ist das normal? Oder ist das Pech? Das ist normal Aber durchgehend jedes Game? Nein Ich glaube, du hast gerade eine schwierige Phase Du hast ein bisschen Pech Okay Also du solltest eigentlich easy über Big Spin kommen Wo ist Big Spin? Wo ist Big Spin? Bei 100 Pokal Gleich auf 5 Ich habe die Holzführe gezogen Okay, viel Erfolg weiterhin Bis gleich Hat der mit der Challenge durch? Nee Noch nicht Kurz davor Ah, Big Spin scheidet bei 6 Wins aus Bis gleich Okay, ciao Danke Ich weiß es nicht Big Spin scheidet bei 6 Wins aus Alter, Big Spin Noch angehört Ja Level 7er Oh Gott Das wird doch so ein Über-Sweater So ein Hawks-Cycle Miner-Chip-Minen-Werfer Und wenn er einen Zap hat, ist eh vorbei Wir wissen nicht, ob er ihn hat Er hat ihn zumindest nicht gesetzt Oh, die hat keinen Hit raus bekommen, Leute Ich habe ihn nicht gesehen Das nervt ein bisschen Der kriegt es nicht hin in der Zeit, ne? Oh, der kriegt noch einen Hit raus Wahnsinn Okay, dann schauen wir jetzt mal die Hexe Schweinchen 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 Das mag sie nicht Irgendwie so viel Schaden am Tumor Ein Babydrink, ne? Was hat er gerade noch mal gegen Sparky? Warten, 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 warten Jetzt Was für eine lange Entsendungsdauer Kein Bock mehr Was ist das für ein Scheiß? Was war das denn wieder? Tom ist weg Schrei doch nicht Aber ihr seht, wenn ich ihn einsetze Schauen wir mal die Kyrie wieder, oder? Okay Der Level 7er mit Max-Truppen Ja stimmt, ich denke Oh, ich spiele gegen den Level 7er Und dann hat er einfach gemaxe Truppen Was soll das? Was soll das? Woher setzt ein Grabscher in der Hexen-Marm ein Dann bringen Sparky an der Brücke Hat noch nie jemand gemacht Das ist das Dümmste, was man machen kann Ein Game für die Fünf Leute, vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Twitch Primes Die reinkommen Wir sind Wir sind über 3000 Subs gedroppt Weil ich zum ersten Mal seit zwei Jahren vier Tage nicht gestreamt habe Aber dass so viele Leute dann in Twitch Prime wieder ready haben Und so eine Unterstützung da lassen Das ist absolut krass Hier ein Inferno-Turm Oh Macht er doch safe einen großen Zauber Cool im Inferno-Turm Wie kann man so eine geile Karte spielen? So eine Scheißkarte Naja, abwarten Oh Gott, die hat immer den Fokus gemacht Ich habe ihn extra Dings-Tails anreifen lassen Egal, alles cool, alles cool Wenn der Baby Dragon gefokust wird Oh, Scheiß drauf, der ist nicht mehr drin Aufladen Na, Turm, der will nur entscheiden Dann muss ich wohl immer auf andere Lame bringen Echt jetzt? Das ist sein Ding so? Okay, dann bringen wir mal keinen Tank In dem Sinne Oh, geil, der ist weg Geht noch mit raus Er spielt eh Giant und Golem Inferno-Turm What the fuck? Was ist das mit den Menschen? Eh Er bin raus Er bin aber richtig raus Nein, Sparky, Sparky Das mag jetzt verklappen Das wäre es gewesen Ja, der ist auch Oh mein Gott Die Final Level 10 ist Oh Mann Das ist so richtig scheiße Das wird böse Viel Damage on Turm Er spielt wirklich Er spielt wirklich Das ist so richtig Schüttel Sparkle ich noch nie Wichtig Oh mein Gott, um diese GG Ich hab's mir gegönnt Warum Turmsep? Dadurch hat der Sparky nicht mehr Sondern der E-Giant Drei Sparkys auf dem Feld Aber das ist zu viel Golem E-Giant Valkyrie Inferno-Turm Verrückte Decks Verrückte, verrückte Decks Oh, ein geiles Game Wieder einmal töten Skelette Also Widerreiterin Ein Hit von der Widerreiterin Hat meinen Kompletten Das ist Arschlich nicht Echt jetzt? Was? Du brauchst gar mit Level 9 Äh Mhm Äh Es gibt auch die Absolut die Hexe, ne? Supergeiler Zepp, oh mein Gott war das stark, oh mein Gott war das stark. Oh mein Gott, oh mein Gott, der Arme. Aufgegeben, wo ist deine Bitterreiter? oh Auf der Sepp-Timing gesehen, um die Skelette zu bereinigen, jetzt kriegt er, jetzt kann er sie noch töten. Das war ein geiler Sepp. Das war ein geiler Sepp. Oh, er ist sauer, er ist sauer, er ist sauer, er ist sauer, er war sehr geil gespielt. Geiles Game, geiles Game. Ey, das sind die 5, oder? 5.000? Wie alt ist die Free2Play Challenge? Das ist der fünfte Stream, ne? Jetzt brauchen wir noch 150. Schaffen wir das? Ey, wir können eine Wette machen, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt, könnt ihr eine Wette machen. Schaffen wir heute die 5.150? 150? Er überholt bei meinem Main-Account. Ja, wenn ihr seit Jahren spielt, ihr seid noch nicht höher. Das Deck ist auch sehr stark, also da braucht man auch einfach Glück. Die ganzen Updates haben echt, das haben das Free2Play insane heftig gemacht. Ich will ungern den Sparky nach hinten, als dass er weiß, dass er direkt weiß. Er sieht jetzt... Guck, das ist schon besser. Jetzt setzt er den Royal Ghost... Ey! Save! Okay, aber dann ist er wahrscheinlich sehr schlecht. Guck mal die Hits an. Päusen war schon ziemlich stark. Oh ja, er hält den Sparky zwar auf, aber guck was dann passiert. T곳! Oh, das war Bad von mir! Neee! Die überlebt! Was? Das war nicht Bad von mir. Meine Skelette können seine Skelette nicht töten. Ich bin dumm. Nado, 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 nado. Over! Holy shit! Einfach gegen die Lidl war verloren. Das ist auch genau die Truppe, gegen die ich nicht verliere eigentlich. Sick! Ja, ist vorbei. Lidl war bei Level 9. Oh fuck, der kriegt doch noch ein King Tower. Lidl war bei Level 11 gegen Turm Level 8. Das ist ab'n Duster. Ich dachte, die überleben länger, aber ich hab's nicht... Die waren Level 11! Level 11! Ich bin ab 8 oder 9. Aber 11! Auch Level 11! What the fuck? Was ist das denn? Wie schlecht ist der? Er hat zwar hohes Level, aber ich glaube, er spielt sehr schlecht. Das ist auf jeden Fall safe der Truppe. Da ist wieder viel Damage. Sparky einmal volle Power bitte! Sparky! Turmweg verloren. Wie bitte! Er setzt Pfeile ein und hat nichts mehr. Er kriegt den Turm. Oh, das war dein letztes Bargeld hat genervt. Warum war der so langsam? Warum war der Sparky recht so langsam? Das find ich schade. Da war der Royal Ghost am Turm. Der Sparky hatte eine halbe Sekunde früher. Der Turm hat noch 1000 Leben gehabt. Warum nicht in den Knick? In den Knick ist total dumm, Leute. Ich will doch vom Mega-Ritter weghalten. Alle schreiben immer, jo, setz ihn in den Knick. Aber ich möchte doch den Mega-Ritter mit dem E-Giant wegdrücken. Noch mit dem Tornado, um den Sparky zu retten. Scheiße, jetzt greift die Hexe nicht an. Doch, hä, wieso? Ach, weil der Sparky nach hinten rutscht. Ist ne, wieso? Geil. So! Ohohohohohohoho. Nonono. Das kann nicht sein. Das war wirklich... Das hab ich selber nicht gespielt. Das war die Hand Gottes, der das für mich gespielt hat. Sogar noch ein Double-Hit am King. Das ist asozial. Das macht er nicht. Ist er auf K. Einplay geht ja direkt auf K. Okay, kurz Damage der Sparky, aber den kriegen wir noch Freude. Immer auf den Sparky anzugreifen, Schluss da mit Turm. Ach, scheiß, hab ich hier irgendwie geblieben. Der hat so sein Handy gegen die, ja, er hat sein Handy gegen die dran geblieben. Fuck, ey, tut mir leid. Bacano aus Flash Royale. Sorry ey. Aber das neue Handy zahl ich dir nicht. Dein Deck ist so krank, ich habe vier Jahre Clash Royale gespielt und das ist einfach das beste Deck. Äh, ja, es ist wirklich sehr gut. 150 Trophäen brauchen wir. 150 Trophäen, dann haben wir den E-Giant Level 10. Da werden die so Auge machen. Ich will jetzt mal den Turm Level 9 kriegen. Die haben ja teilweise schon zicke Träume immer. Wo ist mein Sparky? Ach so, Sparky als letzte Karte. Ja. Ja. Ist das so? Oh Gott, der Eisdruck darf jetzt aber nicht die Hexe töten. Was spielt der? Eis-Golem, Kanone, Musketieren. Der spielt Schweineweiter Cycle. Kacke. Wenn er noch einen Zap hat, ist das Spiel vorbei. Ein Hit nur, sehr gut. Holz ist... ist raus von ihm, ne? Oh Gott, er hat's... Oh no! What the fuck? Das Deck ist halt viel zu günstig. Boah, das scheiße ist nicht mal Turm-Reich heute. Bad von mir. Ach so, ich hab's heute. Turm ist an. Hm, jetzt startet aber auch die doppelte. Irgendwann ist die im Cycle, ne? Der ist so scheiße schnell. Holz raus, gelten Arme rein. Ein Hit kriegt der Sparky hin. Wichtig! Und der nächste Sparky ist da. Ich glaube, in der doppelten könnte ich ihn kriegen. Ah, weil... gespielt mit der Kanone aber auch. Also diversionlich ist er wieder zu, als er die Starker Smarty Predict, Trimax. Starker Smarty Predict. Extrem spiel. Du leckst, du leckst. Dein Mic ist kaputt, dein Mic ist kaputt. Ja, ganz scheiße, Völbi. Was? Echt jetzt? Tschüss. Ja, du musst die Channel verlaschen. Hä? 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 Du darfst nicht reden, hä? Was macht der? Der ist unprofessionell. Wie? Oh, das ist grausam. Das ist es, das ist es. Oh, gutes Game. Let's go! Let's go, 28 Trophäen. Ich schaffe heute die 5150. Hallo? Hallo? Hallo. Hallo, wie läuft's, Max? Es läuft gut. Ich brauche noch 108 Trophäen. Hast du das Gefühl, dass du besser spielst? Jetzt ist es schwierig zu sagen. Okay, das ist eine Frage. Jetzt haben alle 1000, also es ist schon shit. Die Games davor haben die Spieler schlecht gespielt und hatten nichts dagegen. Jetzt haben sie was dagegen und spielen auf einmal viel, viel besser. Hört ihr mich wieder normal? Ja, jetzt bist du wieder normal. Das ist so ein bisschen schwierig. Jetzt hat er ja gerade schon wieder halt Hawk Cycle. Du hast die Skelette zum Surrounden. Du hast einen Eisgeist. Du hast einen Eisgolem. Du hast einen Holz, einen Feuerball. Können wir darüber sprechen, dass du Big Spin überholt hast? Du hast es geschafft. Oh, was? Big Spin hat gar nichts gesagt. Stimmt das? Ja, ich habe daran gepusht. Und du bist ein Game hinter Morten. Ich habe einen legendären Joker verwendet, um deinen geilen Mega-Retter, den du mir gegeben hast, auf Stufe 10 zu bringen. Ja, ist geil. Wir sind ein gutes Team. Das ist geil. Die Mutterhexe habe ich auch schon den Joker verwendet. Das ist Level 10. Die macht auch gut Spaß. Ja, ich gönne dir Platz 2. Ich gönne dir auf jeden Fall Platz 2. Aber nur den zweiten. Aber wenn ich jetzt aber 5150 schaffe, also noch 108 Trophäen, dann ist das Problem, dass ich ja den E-Giant auf Level 10 habe. Und das mögt ihr nicht so gerne. Nee, weil dann... Nee. Und wenn du dann noch irgendwann anfängst, richtig gut zu spielen, weißt du? Ja. Das wäre natürlich der Nice. Das kann ich so nur zurückgeben an euch. Also ihr könntet auch deutlich mehr rausholen, wenn ihr ein bisschen besser spielen würdet. Ah, toll. Streamsniper. Ja, ist dein Ende. Ja, ist doch dein Ende. Einfach diesen Front zu bekommen von einem Level 9 E-Giant-Spieler mit seinen ganzen legendären Karten. Der Typ ist Level 7. Das sind meistens die Ultraspets. Nein. Wenn mein Deck so haben, wie ich will, ich habe All-Legendary-Deck mit Zett. Nein, meine Heidegames. Let's go. Du bist All-Legendary. Außer Sepp. Was soll das? Das ist echt brutal. Was ist der Rekord im Free-To-Play-Projekt? Bis jetzt? Mein Pokal? Ich hatte 5250, glaube ich. Okay, okay, okay. Das knacke ich jetzt. Das knacke ich jetzt. Nee, du bist nicht so gut. Ey. Aufhören. Stopp. Ich gehe ins GE und ich pushe jetzt mit meinem All-Legendary-Deck, Leute. Geil, mach mal. Ist morgen auch Thomas Projekt? Er hat ein Elektromagier. Leck mich doch. Ist doch safe gestreamstiped. Er hat Pekka Elektromagier. Ja, ist wahrscheinlich ein Streamstiped. Und er heißt Dein Ende. Kannst du ihn warnen? Ich hoffe. Dein Ende einfach. Wieso? 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 Kann der Lock-Bed-Inferno-Tower spielen? Wieso weißt du, wie das geht? Der Ding ist los. Inferntum-Spieler sind mega gut, aber alle überlevelt. Und deswegen fragen mich von, wie so losgetreten sind. Scheiße. Er ist so ein Max. Er hat auch E-Jine. So. Ist ne geile Karte. Wer spielt denn Pekka Elektromagier Schweinereiter? Ist das doch einfach. Sie wird gehasst, weil sie gut ist. Ja, aber weil sie halt Nose geritt. Ja, ja, krass. So ist das. Er hat Zepp und Barbarrel. Sie ist zu stark und sie ist nicht zu einfach. Oh, aber er hat einfach einen 1-AV gemacht. Habt ihr den Quickscope gesehen, Leute? Ey, jetzt spielst du grad Cash, weil? Ja. Der Sparky hat sich einmal komplett gedreht. Ah, ok. Krass, holy shit. Ich hab mega helfen mit Max getradet. Und jetzt hab ich ihn nochmal durch die Challenge bekommen auf Klupe 10. Jetzt bin ich sehr gut dabei und habe das Gefühl, dass ich mich anbrechen kann. Anbrechen? Gutes Anbrechen. Das ist doch dieses Geil. Richtiger See. GG, let's go. Hast du die Challenge geschafft? Ja. Du bist so krass. Ja, Mann. Glückwunsch, Glückwunsch. Insanity. Ich find's krass, wie geschafft hast. Okay. Auf geht's. Mach Max hier ein bisschen auf dem Boden. Der hat's auch noch einen. Und du lehnt sich einmal mit Max. Das ist echt krass geworden. Das ist echt geil geworden, dass wir uns einmal mit Max du lehnen. Ist okay. Ist halt gigawack. Wie kann man so doll einen Encounter spielen? Alle hassen ihn. Er spielt Tornado. Barbarrel, Schweinereiter, Elektromagier. Ja, denk schon. Ich hab gewonnen. Ich hab nicht, was ich jetzt Sprobel sag, wenn der wieder krass pusht. Der Sprobel kommt doch niemals damit klar, dass Max so hoch ist. Oh mein Gott, Alter. Ich hab ihn so auseinander genommen. Hast du gewonnen. Sepp Tornado. Wie hat die Rakete gehittet? Was? So ein Vollidiot. Gott ist das ein Loser. Gott ist ein Loser. Wenn du noch anfängst zu spielen, dann ist es schwierig für deine Gegner. Max einfach gleich Platz 1, wenn wir du bleibst. Let's go. Wie hast du denn, Moten? Ich hab grad 5-1. Was? Ich möchte jetzt wieder losen. Aber ihr hattet alle schon 5.150, ne? Also mein Rettorfenic 5.248. Ja, was soll ich jetzt überwiegen? Boah, sick. Das werde ich jetzt überwiegen. Ich werde jetzt 5-3 kuscheln. Relativ sicher. Same, 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 same. Ich hab ein sehr geile Level bekommen gerade. Same, same, same. Golem Level 10. 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 Nein, Leute! Was ist das denn? Alter, Ghost ist ja so kacke. Mein Ghost-1-Shot ist eine Goblin-Gang nicht. seit wann ist der rocket radios so groß wenn ich der kleiner ja es ist komisch er hat die ja der hat gepaid deswegen die menschen könnte echt die skins das problem ist dass sehr viele leute pecker spielen das ist sehr sehr widerwärtig und das ist auch gegen dich sehr sehr gut ja aber das ist ein bisschen heavy oder die spieler der karten das ging schon von alles level 8 auf alles level 11 da war gar nichts dazwischen das war einfach so der wirst vielleicht level 13 aufhasen einfach mal magst du zwischendurch als mittagssnack so ich habe schon level 14 mega retter gefäßt das hat dann alles genommen 14 oder weil wir gespiegelt einfach nicht einfach spiegel haben ich kann den ja der leute nicht auffallen first play pecker level 12 hinten grad wo max davon rede geil habe ich bock habe ich bock nein leute das gewinne ich noch ich bin recht kaum findet mein gegner ist kacke der spielt alle drei magier und pecker auch kein gewinn sein ja oder auch nicht meine rette auch noch Okay. Mhm. Sepp. Warte mal, er hat Sepp. Er hat Sepp, Elektromagier, Pekka? Und alles Level 11? Das ist belastend. Was? Ach, der wird 13 Hexe-Face und so. Ich versteh das nicht. Ja, die sind hart Kacke halt. Das ist, kann man, das ist ungewinnbar. Das hab ich gar nicht verstanden. Pekka, Megaritter, Sepp, Elektromagier. Die Frage ist, ob es Pech ist. Mein Gegner ist blöd, man. Es scheint Pech zu sein. Er behebt mich, er schreibt Danke. Ganz schwierig genug von dem Kollegen. Ich geh ein Channel runter und wenn ich es geschafft hab, bin ich wieder da. Okay. Oder immer mal wieder, fürs Update. Ja, 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 ja. Ich brauch die 5950. Ich weiß nicht, was er da für ne Scheiße spielt. Das war ja wirklich gigashit. Das kann er nicht machen. Wer spielt Sepp, Elektromagier? Das ist so schlecht, man. Das ist so scheiße. Wieso hab ich kein Tornado? Wieso hab ich kein Tornado? Wieso hab ich kein Tornado? Wieso hab ich kein Tornado auf der Hand? Wieso, was ist das? Game geht los, er hat einen Ballon Rage und ich hab keinen Tornado Das Park geht jetzt mittlerweile auch Riesenprobleme gegen die Valkyrie, aber das ist nicht so nice Hm, das schockt er Aber 1-1, Parky lebt noch Da ist noch ein Hit für den King-Terror mit mir Der muss noch was setzen Ohohoho, ein Kick für den Skeleton Army, ein Feuerball rausgebadet Okay Irgendwann dann Zone Bitte töten Kick halt einfach ein Hit raus Ja Der nächste Ballon Rage-Finish einfach das Game Dumm Ballon Schweine Reiter Rage Der spielt nicht zum Pushen, der spielt nur um Kronen zu bekommen täglich Einfach Taktiker kann Der versucht tagtäglich seine Kronen zu holen und Truhen zu bekommen Und es ist ihm scheißegal, wenn er verliert Einfach Ballon Schweine Reiter Rage Er kriegt eine Krone fertig Wieso hatten die alle Einheiten Level 8 und jetzt sind alle Level 11 Wann ist das? Warum von 8 auf 11? Ach auf 12? Okay Ich verstehe Von 8 auf 12 Aha Guck mal So geht das hier nämlich Zack, von 8 auf 12 Von 8 auf 12? Von 8? Durch Spenden im Clan Easy Nee, nee Also ich hab Alle meine Gegner Schweine Reiter Level 8 Pekka Level 8 Prinz Level 8 Und dann? Alles Level 11 oder 12 Warum? Wo ist denn das dazwischen? Ist so ab 5k? Macht doch gar keinen Sinn, oder? So ein Scheiß-Eis-Mario Kann man den Turm einfach abreißen Guck ich mal diesen Damage an Was? Was sind denn das für Hits? Ich spiel so einen schlechten Elektron Äh, Empower Dragon Aber es ist zu hoch Es ist zu hoch Ich glaube und jetzt ging doch die Krim Es ist so ein Blick Ich würde das gerne Ich fühle mich Ich habe das Es ist so schön Das ist Ich fühle mich Ich bin Ich habe das Gerne Ich bin Beschäftig Es ist so schön Ich bin Ich bin Ich kann Ich bin Ich bin Du Oh mein Gott, er töte den Eismagier mit dem Feuerball. Oh mein Gott. Das stimmt einfach gar nichts. Der Inferno Dragon ist wie ein Lava-Bund. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, wie stark das Ding ist. Oh mein Gott. Ich hab fünf verschiedene Taktiken in einem Game versucht. Einem, also alles, 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 alles versucht. Aber zwölf einer, der hat einen Inferno Dragon, hat eine halbe Stunde in meiner Hälfte überlebt. Meine Töme ist in Level 8, so ein Inferno Dragon ist wie ein Lava-Hund. Heftig. Heftig, allein so ein Prinz, so ein Dark Prince. Auf einmal wurde sein Dark Prince wieder zu einem normalen Prinz. Aber geiles Game. Hä? Oh, schön. Gutes Timing. Sparky und Pekka gleich. Aber warum schon wieder Pekka Schweinereiter? Jedes Game Pekka Schweinereiter. Das ist nicht gut für mich. Oh, Pekka, nur ein Hit. Wichtig. Ich hab keinen Tornado Ready. Das macht mich natürlich sehr sauer. Deswegen senden wir jetzt. Jetzt ist der Zwinges dran. Jetzt wichtiger Nado. Jetzt ist der Inferno Dragon im Stun des E-Giants. Und der Sparky tötet den Rest. Unfassbar stark. Damit muss ich weiterkommen als Dings. King Towers an, hilft. Weiß mal geslöht. Ja. Da ist es wieder. Er hat Nachthexe. Er hat Nachthexe. Das geht so an mich. Na, ich würde predikten. Ich setze jetzt einfach ein. Was willst du denn? Das war ein richtig heftiges Game. Das war ein richtig heftiges Game. Das war richtig heftig. Das war echt ein super süßes Game. Krass. Donnerwetter aus Bärenbrüder. Ich kann die 5100 schaffen. Wenn wir heute keine Streams dabei mehr kriegen. Dann könnte ich es packen. Risky, 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 Risky. Geschafft. Das war richtig heftig. Das war richtig heftig. Ja, aber wie oft wir gesnipend. Das ist das Problem. Das ist gleich wie ein Fortnite. Oh Gott, Leute. Was ist das? Wenn man schon 800 Mal gesnipet wurde, ist nicht jeder deutsch ein Sniper. Nicht in Warzone. Nicht in Clash Royale. Und nicht in Fortnite. Aber weil es zu oft in der Vergangenheit passiert ist. Das war ziemlich bad gerade hier. Shit, das war richtig schlecht. Das habe ich jetzt. Ich habe nichts vor dem Sparky. Das war richtig schlecht. Das war richtig schlecht. Das Spiel von mir ist mein Turm auf hier zu wenig leben. Das war richtig. Das war richtig. Scheiße. Oh nooo! Ach come on! Scheiße, das sieht nicht gut aus. 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ach hehehehe Ach hehehehe Ach hehehehe Ach hehehehe Ach hehehehe Oh mein Gott, er kriegt den Hit nicht durch. Das wars. Er kriegt den Hit nicht durch, der Sparky hat ging nicht durch. Ist vorbei. Die Muskelchirin hat zu viel Value. Ja, gut gedreht. Die Muskelchirin hat zu viel Value. Prinz und Muskelchirin ist so stark. So stark eigentlich. Das ist aber auch so ein hässliches Matchup, ne? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wieso spielt keiner mehr die Decks? Weshalb wir das Deck gebaut haben. Lightning Zap! Inferno Dragon! Das kann nur die... Das kann nur die... Das kann nur die... Darfst du aufgeben? Ne, ne auf keinen Fall. Mal ne Pechstränge vom Matchmaking her. Ich glaub nicht, dass das normal ist. Wer spielt... Wieso spielen die Leute Zap Elektromagier und Zap und Lightning? Das ist so dumm. Das ist so dumm. Ich sag wir haben grad nur Pech. Ich glaub, also... Sonst könnte man ja einfach ein Deck spielen, was die Übelst bricht. Hab ich jetzt leider nicht, aber... Man könnte hier viel zu einfach durchgehen, wenn die so viel Zap-Scheiß dabei haben. Oder Barbarrel Lock, das ist super dumm. Was wird gibt's. Was wird... Das war's! ... ... ... ... ist vorbei wieder wie nervig das ist ja total nervig wenn das game los geht dann ist es vorbei schon wieder ein elektromagier den hat doch gar keiner selber den sparky er hat den sparky und elektromagier was soll ich machen die heftigste counter den wir je gefasst haben hier schon wieder auf alles antwort Das war's für heute. Oh, da ist ein Streamsniper mit Gevo Free2Play. Hey Leute, wir haben ein Problem. Was ist das Problem? Es haben alle Lightning, Zap, Pekka, Elektromagier. Jeder. Und die haben einen Free2Play im Namen. Also es sind eigentlich alle. Jedes Game. Ich habe auch gerade eben Free2Play, Trimax Gegner gehabt. Was machen wir? Ich wollte heute bis 5150 wegen Elektro. Ja, das ist schwer. Also allgemein jetzt noch hochzukommen ist sehr schwer. Das Ziel, oder das, was jetzt eigentlich im Free2Play Projekt gerade ansteht, ist einfach Challenges spielen, Claytricks spielen, upgraden, upgraden, upgraden. Wir müssen halt besser werden von LLV. Nee, nee, also ich brauche nur 5150 einmal. Ja, ja, aber das alleine, alleine das einmal zu erreichen wird schon schwer. Wir sind ja auch gerade, ich bin gerade wieder zum Beispiel auf 5020 oder so zurückgefallen, weil ich wieder ein paar Gegner gefasst habe, die einfach über Level-Tech-Karten haben. Es ist halt Glück, ob du gerade hochkommst oder nicht. Oder du gehst ins Monster-Coaching gleich rein und gewinnst kurz eben einfach die Matches alle. Ja, Mann. Ich probiere noch ein bisschen weiter. Okay, sag Bescheid, wenn du was willst. Schwierig, Leute. Das ist doch gut, dagegen möchte ich auch verlieren. Das ist gut. Kein Deutscher, kein Free2Play im Namen. Irgendwas Arabisches. Oh Gott. Kubo LV 11. Und Kubo LV 12. Oh mein Gott, trägt er beide? Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Noch ein Hit. Stirb bitte in der Luft. Nice, der ist tot. Alter, wir haben den Agentar bis jetzt, Max. Alter, nice. Ey, was geht bei dir? Was ford's grad? Ich zock Clash Royale. Heute ist wichtigster Spieltag. Ich brauch 5150 kommen. Ey, ich hab sau keinen Bock mit Romatra zu reden. Wie läuft's grad bei dir? Gut. Wir haben nur mit Streamsnipern zu kämpfen. Streamsniper in Clash Royale? Mhm. Okay. Ähm, und was für ein Level bist du grad? Und wie viel Geld hast du reingetan in den Spiel? Gar nichts. Free2Play Challenge. Ich bin Level A. Stark, 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 stark. Ähm. Genau, genau. Wie heißt das? Crash Royale oder Clash Royale? Crash of Crants. Crash of Crants? Ja. Okay. Sehr nice. Wann eröffnen wir nochmal einen Supermarkt? Das ist die Frage. Oder? Das ist eine sehr gute Frage. Du bist sehr konzentriert grad, ne? Ich bin so heftig konzentriert. Okay. Ne, dann geh ich wieder hoch, ne? Ey, alles cool. Dann, äh, wie lange spielst du dir heute? Boah. Also, ich sag mal so, ich stream schon viereinhalb Stunden. Das ist sehr, sehr lang für mich. Das ist für dich wirklich fucking ultralang. Holy shit. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab mir hier ein Sturmgewehr und alles jetzt, ne? Sehr gut. Muss nochmal schauen. Äh, du, ich muss hoch, ne? Okay. Bis gleich. Bis gleich. Ich komm trotzdem durch mit dem Charge. Holy shit. Okay, tun wir es weg. Sauber. Sauber. Das war wieder free as fuck. Seht ihr den Zusammenhang? Wenn ich mal einfach einen Spieler kriege, der mich nicht gesnipet hat, dann ist es geil. Alter, Chef Strubel. Chat, ihr müsst wissen, Chef Strubel, ähm, Chef Strubel ist im Streit mit mir. Er vermeidet seit vier Wochen den Kontakt mit mir. Er spielt auch die Clash Royale Free2Play Challenge, aber er versucht immer dann zu streamen, wenn ich da bin. Wenn ich nicht da bin, wenn ich ihm komme, geht er immer ganz schnell. Und wenn er sieht, ich stream nicht, dann geht er ganz schnell online. Er war bisher in der Free2Play Challenge nicht mit am Start. Und geht mir sehr stark aus dem Weg. Ich hab seit vier Wochen nicht mit ihm geredet. Ich hab seit 2 Nacht. Ich hab seit bei ihm die Nachbarns Was ist das für das? Ach der Prinz an die Bridges, chipt er hier den wilde Spiel jetzt auf Tiebreaker oder was? Er spielt wie der Pekka Mega Ritter, das ist doch verarscht! Warum spielt er Pekka Mega Ritter? Schöpfer! 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 Ich muss hier ein Alts rumgehen. Ich muss hier ein Alts rumgehen. Ich kann nichts machen, das ärgert mich ein bisschen. Das ärgert mich richtig. Ich kann doch Verständnis tun, dass ich mich ärgere. Er hat aber wieder auch Elektromagier. Was ist das, Leute? Wieder Mega-Ritter, Pekka, Elektromagier. Das verstehe ich nicht. Also ein Konter geht noch, zwei ist in Ordnung, aber so viele? Was schafft er das nicht? Oh ne, ne? Ne, oder? Das tut weh. Das sind Interaktionen. Die ich so natürlich noch nicht drauf habe. Wie auch? Ach, wieder, wieder Mega-Ritter, Elektromagier. Ich weiß nicht. Und Sepp! Elektromagier, Mega-Ritter und Sepp! Das ist doch bad! Das ist doch bad! Das ist doch bad! Aber Leute, jetzt mal ganz im Ernst, es ist so dumm, Sepp und Elektromagier zu spielen. Ich verstehe das nicht. Aber jede, das ist gut, dass ihr gerade dabei seid. Ich weiß noch nicht, wie ich das für ein YouTube-Video zusammenbasteln kann. Sepp und jetzt Elektromagier. Tank durchgekommen. Und sogar noch einen Tesla. Sepp, Elektromagier. Sepp, Elektromagier, Tesla, Mega-Ritter. Sepp, Elektromagier. Elektromagier und ein Holz Und jetzt noch wieder ein Tesla Der ist doch voll bad, oder nicht? Brödl! Und jetzt noch wieder ein Lied Hallo? Es ging die ganze Zeit weiter Alle Elektromagier Sepp Jeder Spieler Seitdem ich weg war und jetzt wieder da bin Immer wieder Lightning reingemischt Megaritter, Pekka, Tesla Also bei mir und Bigspin, wenn zwei Leute im Chat geschrieben haben Könnt ihr bitte Bigspin, äh Trimax helfen Da sind, das kann man sich nicht anschauen Ich weiß nicht, ob du irgendwie ein Sparky in den EOS reingespielt hast Oder was du gemacht hast Du hast gut gespielt Tornado weg vom Sparky Obwohl er genau reingesetzt war Dass er außerhalb der Ranges den Megaritter trifft Und dass der Elektromagier mit stirbt Sowas richtig, richtig geiler Scheiß Aber du würdest bewusst sagen, du hast keine dummen Plays gemacht Vielleicht waren da welche dabei Aber ich, ich, ähm Bin grad deutlich über meinem normalen Also ich spiel grad viel, viel besser als normal Okay, okay Also was da für ein Video draus wird Da müsst ihr gefühlt alle drauf reagieren, weil ihr damit auch nochmal dicke Klicks macht Haha, okay Wie nice Danke für die Business-Empfehlung Kein Problem Okay, dann haben die Leute wieder übertrieben im Chat Die klangen wieder so, als ob das Weltuntergang ist, was da passiert Aber das glaub ich auch nicht Ich möchte Ich möchte, dass ihr euch die Games reinzieht Okay Also einer, ich würd mit Bigspin runtergehen Und dann kann er sagen, ob das normal ist Okay 3-Step-E-Magier-Lightning Gegen Sparky Wenn du nur Leute mit Video-Playing-Namen Und dann mit Pekka immer, ne Mit Pekka auch immer Also hilft jetzt Okay, bist du noch im Game, Bigspin? Also hilft jetzt, ich bin dabei, wie du Bigspin überholst Ist ja mega nice Quasi ja, quasi ja Ja, ist ja mega geil Natürlich, ja okay Ich bin dabei, warte Level 12 Mega-Retter ist echt nicht nice Geh schon mal nach unten Pekspin würde sich einfach mit Absicht keine Mühe geben Er hat Angst um seinen Account, um seinen Rang Ich hatte gerade Doppelprinz Level 12 und Inferno Dragon Und der Inferno Dragon hat so lange in meiner Hälfte überlebt Wie ein Lava-Hund Das war ein Luft-Tank, der war eine Dreiviertelstunde bei mir in der Hälfte Mein Gegner ist Bis gleich Hallo Hallo Bist du noch im Game? Ja, ich bin noch im Game Aber ich bin, das war glaube ich noch so 30 Sekunden oder so Entschuldig Dann hast du gewonnen, ne? Oh, ich kann die Karte anfordern Ich kann das Mal gucken Welche Karte fordern ich an Welche Karte fordern ich an Mist Und so Zack, zack Ja, schwierig Das scheiß cold fast Aber jetzt Jetzt der Push Komm, gönn Ja Ja, let's go Okay, gg, let's go So, ich darf dir jetzt mal zuschauen, wie du Darf ich dich jetzt hier coachen wieder? Ist das so eine Art, oder möchtest du mir denn... Okay Ne, ne, gerne, gerne Das ist mein... du kennst mein Deck? Ich brauch 5150, dass ich die... Ja Äh... Den E-Giant auf 10 bekomme Okay, kannst du das schon mal? Einfach mal ins Game reingehen Äh... Was ist? Kannst du Livestream anmachen, Übertragung? Guck mal, ich spiel jetzt hier wieder Wieland Leiser Äh... Trimax Free2Play 2.0 Warte So, und er hat jetzt Pekka Elektromagier Zapfreeze Mega Ritter Okay, wir kriegen das denn, pass auf Wir machen jetzt hier das unmögliche Coaching Okay, kannst du nochmal Übertragung auch machen? Aber es ist halt Glück, wenn die alle wissen, was ich spiele Ich würd gerne das spielen, was hier normal ist Mache Übertragung nach dem Game an Ja, ja Das ist aber okay, der hat die Hexe Du hast eine gute Karte gegeben Ja, siehst du das, das war das Ey, wir gewinnen das trotzdem Diese ganzen... Aber hast du den Start gesehen? Knechte? Ja, ich hab ihn gesehen Die Hexe hat nicht angegriffen einfach Das war ein bisschen Belastung, ja Okay, wir schaffen das, Max, auf geht's jetzt Wir kriegen das hin Ja, ja Wieder Lightning wie immer Immer Lightning Egal, passt Ist okay Jetzt kann der Pekka davor Er muss noch verteidigen So, jetzt kannst du gleich Mal gucken, was der Gegner jetzt macht Der Lightning ist gar nicht so krass in der Situation gewesen Okay, jetzt Agent hin Agent hin Oder sogar Brücke Kannst beides machen Hinten? Weil er hatte grad nur Felix hier Der hat nichts gehabt Du wirst ihn bumsen Komplett Mhm, mhm, mhm Ja, das auf jeden Fall Das auf jeden Fall Ich gewinn auch die ganze Zeit noch gegen Streamsniper Aber es ist halt Oh Leute, auch wieder Mega-Ritter Ja, ich weiß, du meinst Trigger dich ein bisschen, klar Ja Okay Nee, du bereit halt Hexeln und rein Alles zusammen und an den Schuhen Das ist aber noch der Baby-Tree Sehr gut Sehr, sehr gut Ist völlig fein Na komm, ihr liegst hier jetzt 2 Grad So viel Damage Da kannst du einfach Holzfäller bringen Ein ehmal Ich hab kein Holzfäller Ich hab kein Holzfäller Ich könnte noch Ice Magier Und Viele sagen, ich soll noch Holzfäller spielen Sparky hinten Ja, Sparky hinten Hinten links Ich könnte jetzt das ganze Lightning Aber Baby-Dragon raus, Holzfäller rein Haben viele geschrieben Den kannst du ran, Edo Kannst du, ne? Nee, ich hab kein Edo already Ich hab eine Skelette Ist okay Jetzt zap Lightning Scheiß komplett rein, Max Let's go Den lässt du durchhoffen, Sparky E-Giant Nee, E-Giant davor Okay, Lightning Warten, warten, warten Und jetzt Guck mal, jetzt greift der Siehst du das? Jetzt kann der E-Giant Damage machen Let's go, Max Alter Junge Maschine Der kriegt nen Hit Und dann ist das ja tun Jetzt kommt der Nächste Das war gut Oh Böse Ich bin der Rechts der Eismage Ich wollte nicht anbrennen lassen Das Game geht nicht mehr so lange Ja, Junge, du hast den Du bist E-Sportler geworden Plötzlich Wie geil Das Game ging durch Das wird auch viel schlimmer Das war das leichteste Game In den letzten Weiß ich noch nicht In den letzten 10 Games Das war's das leichteste Das war schon mal geil Ich mein, mein Deck ist halt auch krank OP Das darfst du auch nicht vergessen, ne? Ach stimmt, klar, genau Aber vielleicht das so ein bisschen Das ist der Ausgleich dafür Das ein Deck so OP ist Naja, weiß ich auch nicht Ja Der hat gesniped mit Lightning und Zap Und Mega-Ritter wieder Und verliert Der hat echt bad gespielt Okay, okay, let's go Ok, let's go Haro XT Da-D-D-Rethuin Ist nicht deutsch, oder? Nein Also ich hab das Wort neu gehört Ah, ich hab sie keine Bildschirmvertrag Ja, mach mal schnell das spiel jetzt machen ja wobei das durch okay so die übertragung angemacht noch zu warten ist ich warte auf jetzt was gelitter ein ja so geht er jetzt gerade achtet x hier kannst du dich laufen lassen wie ich sagen kann sparky hinspielen oder mutterhexe rein weil es ganz gut das muss ja eigentlich okay das ist gut für dich erstmal gerede wegziehen 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 ja war es noch kurz eine fließe durchlaufen ist okay ist nicht aber passt natürlich wird jetzt wahrscheinlich mit dem ort gott egal kannst du noch gewinnen wie der 11 das ist so ein luft tank monster in der luft dieser start doppel dragon hat er ja das ist nur freestag ist meter das gibt es wirklich ist normales deck was er spielt der hat man muss die meter vielleicht einfach nervig also nein 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 das gewinnst du das kannst du gewinnen auf jeden fall du hast eh schon proben er allein wenn er nächstes mal entfernt gegen spiel spielst du einfach rein das ist es ist auf jeden fall machbar ich hatte heute auch das mensch habe ich habe ja da ich glaube ich glaube ja das macht doch jetzt hast du doch gleich jetzt kannst du ja oh mein gott okay das war erst durchlaufen das war jetzt ein bisschen whisky aus du kriegst oder sehr durch habe ich nicht mehr durchgekommen ich kann ihn auch nicht aufhalten ja spür irgendwas hinten eis war gehen ja mein 14 und rohler da auch noch ganz zu werden muss jetzt erstmal zeigen genau da kannst du jetzt auch die mutter ex im prinzip bringen genau das kannst du bringen guten richtigen sowas erwarten war auch okay wir haben die hexen mutter nicht darum geht alles gut jetzt davor davor und davor das war scheiße ja trotzdem könnte jetzt schwierig werden du hast nicht mehr so viel zeit aber da war fließen wahrscheinlich über sepp das hast du in der echten moment gespielt das hätte am anfang ekelhaft der fallung ich habe ja nicht single target der menschen ich habe mutterhexe und baby dragon und eisen magie da kommt der hitze oder so also man kann es gewinnen aber es ist ein richtiges scheiß mit ist weder können wir eine liste machen wann ich ein gutes match habe wann ich ein schlechtes match habe weil ich glaube das deck ist bei 5000 nicht mehr meter doch das ist jetzt seit anderthalb stunden so ja du musst das wenn du ja ja du bist kann auch eine pechsträde sein vom match ab kann aber auch sein dass die meter sich geändert hat das problem ist du hast gestern sehr sehr brain dead gespielt und jetzt fängt es an dass die geht nach checken was deine karten machen und dadurch musst du jetzt aufpassen und du musst erst mal in den groove kommen dass man dieses deck auch action mit brain spielen kann du kannst damit bei den spielen e-jean einfach rein es sagt du kannst mit brain spielen in dem moment sage ich e-jean rein perfekt jetzt hast du im prinzip eine richtig gute lage der muster noch einmal spielen wird sepp haben schon mal oder nädel ok das würde ich nichts machen genau ey du machst so viel stand für dich den kannst du ja ja kannst du das an king leid das kann ich nicht das ist nach einem kräftig mir noch nicht diesmal noch verwehrt nicht freigeschaltet sagte noch nicht freigeschalten muss ja noch ein level ab ok dafür muss ich noch ein bisschen sp zusammentragen lässt du durchlaufen der ist geslaut das geht klar ok packer bridge perfekt für dich erstmal mutterhexe und dann skami den hab ich jetzt anders gemacht wenn er jetzt etwas zu probieren ja ich wusste selbst elektromagiel 100 prozent der games nädel ihn weg nädel ihn weg ich hätte in der richtung deiner mutterhexe nädelt weil jetzt wird er noch den hit machen ey ich kann das nicht mehr wir müssen wir müssen heute erstmal glaube ich pause machen also jeder gegner elektromagier sepp das ist doch komisch spiel also jeder und auch inferno checker auch jeder hast du auch? du bist ja gleich genau wie es im game ok er hat jetzt nicht sandalen gespielt ja ne das ist schon durch das game wir müssen glaube ich erst die die thematik die thematik mit dass jeder elektromagier sepp hat ja aber du kannst das eigentlich umgehen mit dem weg ist eigentlich möglich aber die frage ist dann noch ob man das möchte ja klar ist ja schon krass kurz die kunden das kann man verschwenden das kann man verschwenden ja nicht nur aufpassen dass er nicht gleich damit pecker um die ecke kommt ich würde jetzt schon ejand rein spielen damit du den pecker protectest ja ein bisschen in deinen zwark hier rein damit der jetzt nicht pecker ans pecker zu spiel das ist jetzt hier so guck mal das war gut boah meine einheiten sterben nicht ja komm der soll leben ne spektivor wert boah der hat aber auch bessere karten der wir dazu gehabt das ist ja egal das ist ja immer die ganze zeit voll ok wieder valkyrie pecker sepp elektromagier zweites schlechtes matchup ne das war jetzt nicht so gut ja wir haben angefangen zu zählen macht ein mod oder mach ich oder wer macht das ich hab grad keinen stift hier ich würd ne strichliste machen war nicht schlechtes matchup klar kann man sie gewinnen klar aber es geht mir ums schlechte matchup wenn ich also ich hab ne 100% peckerquote also pecker pecker würd ich schon sagen pecker ewis sepp ist schon nicht so gut aber wenn du nur gegen ewis sepp spielst hat der gegen halt zwei antworten gegen den sparky und das ist ja nicht automatisch ein schlechtes matchup verstehst du ja das ist schon ziemlich lost wer sepp und ewis spielt das macht doch keiner das ist doch einfach bad doch das gibt metadex pecker ewis sepp ist oben meta in der länder das ist auch auf dem tv royal und wenn die leute in tv royal gehen sich ja dex kopieren und das ding ist halt auch ewis und sepp macht Sinn weil die leute damit die mini horde töten die setzen einfach sepp ein und dann ewis und dann haben die was gegen mini horde weiß man ja genau das fehlt im matchup da kannst du gleich direkt den ejan reinsetzen supernice kann man noch so lange warten ja ja alles gut kannst du jetzt einfach da reinplayen supernice supernice du hast das gefühl gewonnen ja ok der fließt von ihm aber das ist ok nur spieler gegen only freeze du musst mal aufpassen was der jetzt für truppen noch kommen und jetzt noch ein tank ein spielten einfach sparky hin ja ok passt aber genau deswegen habe ich jetzt sparky gespielt weil wir haben ja gar keinen schaden die einheiten ich dachte echt die kriegen den weg aber ein ritter hat die einfach alle getötet ja ja ritter beziehen ist nicht so angenehm kannst du skami rein spielen wo die jetzt mal sind oh schon passiert level 11 die sind halt todes tanky gegen achter türme siehst du das ja ja musst du gut du bist immer noch im lxvorteil du hast du hast mehr schaden gemacht prozentual und du hast mit lxvorteil ja weil du mit einem push nicht durchkommst heißt ja nicht dass du direkt vertragen musst das stimmt also sparky hinten ja wieder freeze ok da hat er ähm ok ja jetzt machst du einfach base race base race du hast nichts zu defen ich habe jetzt auch nicht gedacht deswegen ist die frage vielleicht baby train raus und holzfäller rein der waren viele matchups wär wär der nice gewesen kannst du äh jetzt du musst noch was gegen den machen ich würde irgendwie eismagel oder so setzen jetzt kannst du auch machen nicht eismagel jaa 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 ok da kannst du sparky sind schlechte skeleton dragons von ihm ich habe es nicht aufgehalten trotz parken das wird man sein ich habe ich von ihm jaa 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 der ist uip der macht jetzt die liste weil ich glaube das kann sein dass das vielleicht danach wieder geiler wird oder davor aber ich habe seit zwei stunden diese matchups jaa 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 passt jaa 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 das schon mal jaa das wird jetzt gut für dich glaube ich gleich mal hier die option jetzt hast du jetzt wartest du spielst wieder hinten eismagier wobei der holz auch jungen holz ich das verloren der holz einfach anton das war die eigene situation bei den mega retter an deinen links schaden lassen lassen ja das war aber kein schicht matchup das geht das geht jetzt ich jetzt hier absichtlich noch kommen oder was ich jetzt nicht mit dem holz was macht er das macht er das machen ja was mein ehrenmann er hat einfach nicht gerafft max hat gar nicht gecheckt holy shit wie bad 3 3 von 4 ja stimmt gut das ist das geilste kein clan und so ein namen das kann kein streamsteilbar sein holz tauschen wollten wir vergessen mich einmal gegen die minien wurde gespielt kannst erstmal gut wo der hexe okay passt genau bei den hinten ja so jetzt bin ich gespannt er geht nach prinzessin und magic archer was hat er noch cool ist das okay doch weiter kannst du mutterhexe spielen oder nado auch gut so viel schaden ja schwierig rakete in den spiel wegen rakete ich will das von mutterhexe spielen hat eine rocket ich weiß es nicht er hat auf jeden fall lockt hat oft rakete und ich habe heute nicht einmal gegen rakete gespielt ok da kannst du sparky ja jetzt spielen sparky äh ich hab jetzt die gespielt weil das ist ja auch ok ja auch ganz ok das kannst du alles nado aber du hast keine zeige ist aber ok du machst trotzdem ein bisschen schaden mit den piglets da kannst du sparky jetzt spielen ja ok jetzt so er wird alles glüten ganz easy oh mein gott ich wollte nur den baby dragon set na gut er hat den schutzdienst verkackt ist auch wieder in ordnung bitte 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 lebe der überlebt ja ja der muss jetzt noch was rein spielen er hat bisher noch kein spell gezeigt heißt eigentlich muss bombe oder bei kyro kommen ok jetzt bist du ein bisschen vorne du hast jetzt zwei lege sie vorsprung nicht selber hätte mutterhexen action machen können ja das kannst du eis mag er wieder hinten spielen weil wenn er jetzt allerdings an der brücke bringen sollte jetzt die giant wo das war den perfekten ganz nach vorne ganz nach hinten einfach so in die wieder rettung rein das heißt du bist da schon mal auf der auf der guten seite der macht das ist wo nicht wo nicht was muss sitzen ja ok das war das sollte gute näherung ja das hast du was hast du gewonnen magst jetzt vor das war gut das war das so gut für dich er hat nichts gehabt gar nichts das war ein geiles matchup oh richtig ja absolut einfach mal das matchup zu haben holy shit drei von fünf ja sehr gut 32 plus damit sind wir wieder jetzt holzfäller rein ja mach das mach das mach das mach das sogar 5000 150 trophäen wieviel games sind das 5 oder 5 games ja 5 games plus müssen wir machen das schaffen wir doch oder warte mal eigentlich mein dass wir das schaffen was war dein rekord insgesamt 5204 ja ja wir haben die joker schon zwar gehen ja ja er könnte rakete er hat eigentlich nichts ja das auch für mich macht ja das erlebt was geht ja noch nicht raus an den dicken jetzt geht sogar voll herrn guck mal dass er lebt bis sie ihn aus gleichgüpfig bringen sehr gut aus das solltest du eigentlich haben das war hinten dazu machen ja auch klar oder ja jetzt wird es kurz was will er weiter und wieder okay gefühlt das gleiche deck wie eben okay die oder holzverlässer gold wert ja du modax und rage song solid die schmeckt stimmt den vergessen ich immer ich denke heute einfach eine dps maschine nicht nur naja der holz ist ich heiße mal hier waren schon die bett nicht bitte ja ja auch die dings nicht das blöde müssen doch upgrade das habe ich ganz vergessen oder ich habe es nicht in meiner hälfte aber dafür ist die dings sofort tot ja ja du hast gewonnen der gegner hat aufgegeben der resigniert einfach die games sind so geil ich fasse es nicht das sind so viel geilere match aus der war auch so shit einfach dass er sein mega ritter gegen meinen dach war der schlecht alter da war ich nicht das wahre so was hat alles für dich so brauchst du nach frischend nach so dachten da ume ich werde ich so ja es gott schon 95 sind was er kann was kann schon hätte ich einfach hinten spielen sollen ja aber lege ich elixier vorsprung geführt ja ist also das ein bisschen aber jetzt noch jetzt kannst du machen die geldigkeiten mit dem ist erstmal so kann ich ja natürlich ja geht für die kanone nur für den neuen entgegenstand hat hier noch tun es an schwein ist noch da der mit sauber womit jetzt kannst du einfach eismagier spielen genau das ist besser oder gar wie im magic archer ist ist okay aber was ich dachte dir holen den mein bett und ich meine selbst ja ja schlecht dachte die holen den safe aber dieses gelten haben jetzt ihn verschoben da kann dieses gelten armi angegriffen ich dachte er greift den turm und ist nach einer sekunde tot gegen die selten armi spaki okay spaki wo auf welche einheit jetzt einfach mit ich platzieren können echt er dabei ist ja der spiel im brücken spam deck also der jetzt einfach mal die bandit da kriegst du okay du musst jetzt aufpassen als magier ich habe jetzt noch ganz raffinierter weise mit dem agent kiten können aber nur anstelle durch das spielst du da rein perfekt ok da geht aber hat sich alles denken man das fakt gut aber jetzt kommt der lx erinnert sich jetzt ja jetzt parken rechts oder hexe okay auch gut jetzt parken rechts genau die verküren jaa holst du hinterher ja gut jetzt kommt er aus die andere beiserte weil die verküren sonst kommt das werden wir einfach so noch ein spark hier hinten das gerage ist nice das ist so wichtig nice der war sick ne also der gerage das shit das war beides geil oh mein gott der squad verkackt ok der gehe ich auf dem sparky genau lass erstmal bleiben mit pushbau wieder von hinten auf mit mutterhexe und holzfeller oder skami mutterhexe skami erstmal so verteidigen oder ja ich hätte jetzt halt mit mutterhexe skami verteidigt aber passt naja ich bin jetzt wieder gut der spielt gut naja der muss scheiß deck von da passt das naja ich spiele jetzt eh schon rein und dann hält sie selbst für skami bereit er hat keine antwort er hat nichts er hat nichts gute kanonen von ihm jetzt hat einfach nur sehr bereit muss eigentlich schon wenn überhaupt noch eisgum spielen hat trotzdem sehr bereit er wird es gar nicht du bist dran du bist dran marx let's go das gewonnen sepp und ne du müssten reichen also bei es zusammen let's go geiles game geiles game das war ein richtig richtig geiles game der hat in der einfachen elixierphase ein Fehler und das wärs gewesen immer Banditian an der Brücke auf beiden Lades immer wieder attack das war sick eigentlich willst du ja eine große Einheit die in den sparky rein läuft das hat er mir nie gegeben aber das war geil sehr sehr geiles game 3 games muss er noch gewinnen ne was? 3 games 3 games gewinnen und dann ist es 3 games nur noch ok ok da kannst du äh genau du schaust mir jetzt ingames zu und über den live stream? ja doch genau weil dann sehe ich das nächste Gegner und deine Hand die Giant davor? ne 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 auf keinsten die stirbt weg einfach rutscher dahinten genau hättest ihn auch in den Ritter rein platzieren können weil da wäre noch ein Pegel gespawnt ah tschi dich da spielst du Eizmeige und äh dann Sparky genau Sparky direkt ich sag's dir wie beim Freeze oh das wird ein dicker Dammes jetzt ja aber noch ok was ein Knechteck du musst doch was machen Skarmin noch ja Skarmin hätt ich auch schon noch vorsetzen können richtig genau ok ok genau gut genau gut da kannst du einfach Holzfäller hinten spielen hier so ne? ja das ist ok jetzt muss er wieder irgendwas machen und optimal versetzt den Prinz ah chilliger Feuerball ich sag ich jetzt mal Sparky ist nach hinten ja? ja mach das du hast die Vorteil immer noch er muss irgendwas machen gegen den Eizmann der ist dann zwar gewaistet aber er muss irgendwas einsetzen und das was er einsetzt läuft dann in den Sparky das ist schon ganz cool immer ja könnte ihn auch durchlaufen lassen auf der anderen Seite Konterpush machen macht er nicht ok da kannst du gleich ja 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 er hat eine Wellküre und das Bug ist Halflight wird eine Mutterhexe gleichsetzen weil er wird eine Wellküre bringen die wird instant sterben oh die sind vor dem Junge let's go wichtig und wichtig neist du hast raus Mutterhexe retargeted neist du ist gewonnen ist einfach gewonnen Max das kam hier rein so wichtig oh so wichtig er denkt halt das ist gut es ist auch nicht schlecht aber es bringt halt nichts sauber Max richtig stark sehr sehr stark oh ist das geil wieso ist das so ist gut warum ja aber ey ich hab anderthalb Stunden gelitten jetzt sollst du zum Coaching kommen und dann sind das übel chillige Matchups wieiii ja ich will wieder ich will wieder gegen Lightning Zapp Elektromagia Pekka Inferno Dragon Megaritter Deck spielen 5000 Gold richtig ich weiß nicht was du willst 2 Wins noch komm schon 2 Wins noch komm schon 2 Wins noch komm schon das wär insane kein bock auf Schwierigkeiten kein bock auf Schwierigkeiten okay ich hab grad merkt ich hab grad sagen über das war so die wär auch gechargt okay dann musst du deinen Zappi rein spielen ja ich hätte ihn nicht so weit hinten gespielt weil er könnte vorum kommen jetzt ich weiß aber ich hab jetzt keinen Zett mehr ich kotze das ist gar nicht nur warte warte ja ich spiel einfach Skami rein okay geht dann erstmal gar nichts erstmal warten die Falle waren scheiße nein ist perfekt für dich oh der Holzfühler war kacke echt ja der Schiff weg einfach okay na was denn weißt du dass der Geräte ist weißt du dass der Geräte ist hast du es gesehen dass der Geräte ist jetzt hab ich wieder so ne Pflaume Junge ich spiel frech sag dass ich frech spiele das waren zwei freche Plays frech alter was das denn findste frech ja das hab ich bekannt das war gigafrech das war das war das war unter der Gürtellinie sowohl der Zapp als auch der Nado das war wirklich unter der Gürtellinie der steht morgen vor deiner Hostel und gibt den Paar aufs Maul der ist sauer der ist richtig sauer der ist richtig sauer der könnte genauso gut irgendwie heißen mhm der liegt doch einfach er liegt ich habe ja keinen bock mehr was ich glaube auch nicht na ne ich möchte noch mal wissen ich möchte noch mal wissen ich möchte noch mal eine mit der ist halt ein bisschen strong alter der holzwerfer aus papa einfach ja was du dir einfach gefallen ist ja richtig vor dem charge oder slow mhm das war sie ja das kann ja du scheiße ja nicht schocken ja wegen der sicherheit 38 sekunden nur noch verteidigen das war hier hinten das war das war das war das war das ist einfach wo der ex der sparky irgendwas rein ist was oh das war ein geiles das war das war eine geile eröffnung das game geeignet sparky mit zwei hits jungen der spark mit zwei hits du wirst ihn sterben lassen oder holzverläufer kacke bamm turmweg ich sag es klappt in dein dein game hätte ihn hätte zu 80 prozent gewonnen mein spielzug gewinnt nur zu 60 prozent das game aber das ist ja es sieht ein spektakulärer aus ja wichtigstes game jetzt wichtigstes game jetzt ein win und wir haben es dann habe ich den dann haben wir die joker freigeschaltet und dann haben wir den e-giant auf level 10 let's go ok sparky auf der hand und holzfäller ok hdhjk sparky easy wirst du ja was kam mir rein dann hast du ihn oder ne wirst du den einfach dann klingt du weißt was geht der macht zwar viel schade aber ich glaube ich verkackt ne 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 das ist gut noch boah ist das viel damage hier wird zwölfer ballon sag mal ehrlich gewinne ich das gegen zwölfer ballon ja du musst auf jeden Fall wir haben ein king tower fast geholt ne ja ja es sollte besser in one tower gehen werden mutter hexe mutter hexe mutter hexe ah der kann sie nicht one shoten mein fehler das war's ja der spotter war es alles gut ne oh der spotter dann greicht das mega wenig an ja hehehe kein hitloser jetzt sei dein prinz ist das so ein problem ne du hast gar nie passt er hat noch keinen spell gezeigt das hätte ich jetzt nicht gemacht warum spielt sie gar mehr offensiv ich wollte jetzt dass die truppen überleben voll on das schafft er doch oder wird noch nicht ich werde seinen ballon nicht aufhalten können was machen wir da das ist richtig hm das matchup ist richtig scheiße ja also ich glaube das ist nicht scheiße denn levy ist halt doch schon ja was ist das für speere von den kobolden what the fuck ok kannst du kiten kannst du kiten den oder kannst du ihn kiten mir war ich sicher kann ich nicht der ist doch zu weit weg jetzt nicht mehr achso jetzt ist der king total weg ne jetzt ist der king total weg ja ja das ist irgendwie nicht so nice gewesen von karten der will her zu werden ist das weg das das ist halt also das ist nicht dankbar das ist leider nicht dankbar das doch muss man sagen so Oh, doch, machen wir jetzt super. Drei Sekunden noch. Hä, schon tot? Ja. Einfach schon tot. Jetzt müssen wir wieder zwei Games gewinnen. Ja, aber zwölfer Ballon, was soll man denn da machen? Ja, gegen wen kannst du nicht viel machen? Da hast du auch nicht irgendwie... Die eine ist gar nicht, weil Shit, wo die Skam in den Prinz reingesetzt hat. Das ist echt gut, dass du dabei bist. Der Chat hat ja gesagt, ich hab übel Lost gespielt. Gerade eben, oder was? Bei dem Game würde man jetzt... Wenn du als Amateur reinkommst und man sieht, ich hab verloren, dann sagen die Leute, du bist der schlechteste Spieler von allen, die es gibt. Aber zwölfer Prinz, zwölfer Ballon ist schon nicht so geil. Da kannst du machen, was du willst. Okay, let's go. Das mach ich auch, hab noch keine Mutterhexe. Die pflanze ich jetzt viel ganz weit nach vorne. Ach, Pekka 12, ey. Woher weißt du, dass Black Soul, dass Pokémon United anfangen, bis mit Juli kommt? Oh, das wär natürlich ne nice Info. Woher weißt du das? Das möcht ich jetzt gern wissen. Ach, Freeze! Pekka, Freeze! Egal. Spark hier hinten. Pekka, Freeze! Als ob die was getweetet haben, Black Soul. Nur das... Ach so, das... Ach so, das... Das Datum wird da bekannt, okay. Ja, okay, mal gucken. Pekka Freeze Friedhof? Ja, sehr interessante Variante auf jeden Fall. Aber das ist ein Full-Life Sparky. Oder Half-Life. Das noch nicht. Oh, das ist jetzt risky. Der hat doch safe noch irgendwas. Der wird einfach free... Ja, Pfeil, okay. Passt. Ist okay. Ja, das spielt so cocky mit dem selbst. Echt krass. Ja, ja, den liebe ich. Den musst du mir auch lassen. Den brauche ich. Verrückte Sets, den Gegner aus der Fassung bringen. Gegen E-Sportler scheißegal, weil die damit vielleicht ein bisschen rechnen könnten. Sparky rein. Aber... Gegenüber levelte Normies. Genau richtig. Ja, Pekka, Graveyard, Freeze. Sag mal realistisch. What the fuck? E-Giant davor? E-Giant davor? E-Giant davor? Nein. Nein, nein, nein. Das lässt du durchlaufen. Mutterhexe, 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 broken. Genau. Das sind 27 Piglets. Ja, Freeze, das bringt ihm nichts. Bringt ihm nichts. Die Skritte kommt vorher nicht an. Alles gut. Das braucht noch so viele Piglets. Das ist super entspann. E-Giant da rein. E-Giant rein. Geht's noch an E-Giant? Nein, nein, nein. Jetzt nicht mehr. Hä? Hast du gesagt? Ja, du hast ja ein bisschen mal da vorgesetzt hinten. Das ist Elixir Waste gewesen. Äh! Alles gut, der geht um. Schade. Sparky hinten. Oder Sparky mittig. Das ist kein Fett und Grail verklatschen. Du musst gleich Mutterhexe hinten ganz, ganz hinten in die Ecke spielen. Ganz hinten in die Ecke. Und dann Skalme auf den Prinz. Genau. Damit er nicht so einen krassen Freeze ist. Perfekt. Jetzt setzt du noch irgendwas ein. Iceberg oder Sepp? Okay, ja. Bisschen tiefer, damit die Piglet erstmal abfangen, ne? Ja, hab ich nicht geahnt. Also die Mutterhexe ist wirklich dein Überlebensidex hier in der Menschheit. Die Karate kommt mit dem Arsch. Let's E-Giant davor. Und in dem Winkel, das... Ja, okay, jetzt den hätte ich nicht zulassen sollen. Egal. War so gut. Mutterhexe rein. Du hast basically gewonnen fast. Er kann das nicht. Also wenn er selbst in der Freeze bringt, ist nichts. Das Skalme musst du spielen, nachdem er freezt. Wie du, Sepp? Pekka, der Reaktions-Set vom Sepp, Alter. Da war ich nicht nur drauf. Was ist das jetzt? Komm schon, bitte. Ja. Oh, Max. Alter, gegen Pekka... Frito Freeze. Oh mein Gott. Mutterhexe hat... Oh mein Gott, das ist so gut von dir. Bei Pekka Freeze wäre ich schon weggetilnt, wäre ich rausgetwittet. Ja, ja, aber du kannst doch was nicht gewinnen. Alles chillig. Ein Win, bitte. 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 Geil, geil, jetzt. Let's go. Auf geht's. Sag Tau aus. Nee, in Clash. Das ist okay. Kriegst du hin. Mutterhexe und Sparky auf der Hand. Da würde ich sagen, erst mal Sparky hinten jetzt. Ich warte lieber, oder? Kannst du auch machen, ja. Du wirst uns heftig warten, du wirst uns heftig echt was spielen. Dann mache ich Mutterhexe hinten. Nee, nee, dann... Also jetzt würde ich wirklich warten. Geht jetzt... Also Real Talk. Warte einfach so lange, bis er was macht. Dann Sparky hinten jetzt? Nein, nein, nein. Okay, jetzt. Ja. Mutterhexe hinten. Mutterhexe, genau. Ja. Ich weiß nicht, wenn er jetzt keine Füße hat, ist der Basic Human. Er hat ein Füße, aber du selbst einfach, oder? Nee, lust. Okay, auch beides. Ja. Er hat bisher nur Skeletteinheiten gezeigt. Das sind noch mal Zeit, Pickel, es hat gar keinen Bock. Er lockt. Oh, wie bad. Du hast Polix hier vor der Sparky hinten. Er hat aber viel Damage gemacht. Scheiß drauf, du grünst das. Oh Gott. Er hat nur Skeletteinheiten, das ist Free für deine Mutterhexe. Du kannst den Sparky, lass den Sparky so durchtickern, dann spiel deine Mutterhexe dahinter und dann spielst du den E-Gender vor. Das reicht von der Zeit. Mutterhexe, jetzt E-Gender vor. Tatsächlich, das war sick. Das war bisher der heftigste Play, den du mir heute geteacht hast. Der Play des Tages, sagst du? Oho, der ist aber auch der Play des Tages. Aber gut, ja. Du hast gewonnen, der Dreiligs hier. Der Dreiligs hier, der kann nichts machen. Er hat keine Einheit. Er muss einen Grabstein reinspielen. Dann würdest du sieben Millionen Skelette bekommen. Das ist es, oh mein Gott. Das ist es. Oh mein Gott, das ist es. Let's go, bro. Alter. Ich fass es nicht. Let's go. 5,150. Nice. Oh mein Gott. Du bist eine Legende. So, Leute, jetzt geht ihr erstmal alle zu Big Spin und lasst ein Follow da. Sonst seid ihr hier gebannt. Das wäre ich je gebannt. Das ist eine Maßnahme. Gute Maßnahme. Mods. Spamt den Link wie Sau. Ach, scheiß drauf, ich mach das. Unfassbar geil, schon gemacht. Ja, sind bestimmt schon viele, aber da geht noch mehr. Ja, ich hab heute erst die 250k geknackt. Echt? Wie geil. Ja. Sehr, sehr geil. Glückwunsch. Alter, 33 Trophäen. Deutlich drüber. Morinio, das ist echt royal. Achso. Oh, ist das gut. Joker abholen. Rüber zu den Jokern wählen. Bam, bam. Der E-Giant ist mit 10. Mächtig. Und der E-Giant ist mit 10. Das ist halt so geil. Das ist halt so heftig. Hast du und Maud mittlerweile den E-Giant? Ja. Nein. Ihr habt ihn immer noch nicht und ich hab jetzt 10. Nein. Ja, ist richtig, genau. Wir haben diese Karte noch immer nicht. Das ist eine absolute Qual. Alter, wie gut. 5.171. Kommt noch irgendwas? Oh, Gems würden nochmal schmecken, aber dann kommt nichts. Ah. 5,5, ne? Aber das ist ein bisschen heftig. Ja, 5,5 ist halt das zu schaffen, dass, also das... Oh, 5,9? Da könnte ja nochmal was dickes. Ja, 5,9 kannst du klicken. Also 5,9 kannst du klicken. Alter, die Kiste bei 7. Holy shit. Ja, mach mal 7. Scheiße. Scheiße. Ja, das ist schon... Das ist schon ziemlich gut, also... Also, ich mach jetzt noch ein Game, weil sonst geht ja nicht. Ach so. Eins noch. Okay, gut. Tun sie dies. Der wird 8 da. Krass. Ja, der hat auch Bock. Wir haben ja meistens viel Skill. Ja. Nur der Hexe hinten, ich hab nichts. Ja, passt. Das ist chicken. Kannst jetzt da einen Holzflag reinspielen? Genau. Okay, er hat Feuerwehr und Lock. Sehr interessant. Das würde ich... Eismarger einfach, genau. Eismarger reicht. Ja. Sparky hinten? Ja. Der könnte auch so ein E-Giant-Deck oder sowas spielen. Hat auf jeden Fall. Oder vielleicht auch Hawk. Irgendeine Wing-Condition hat. Der sein Deck macht einigermaßen. Oder? Kannst du Randern oder Skami? Je nachdem. Skami. Weil er überlebt dann immer noch was. Eismar ist. Gut, da wird er... Eismar dann durchspielen. Ich würde euch wieder einen Cocky selbst setzen. Nee, 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 nee. Boah, was war das? Der war viel zu spät. Oh, ein Spiel verloren, ne? Äh, E-Giant müsst ihr einspielen. Der war nochmal gut, der E-Giant. Der rett deinen Arsch. Der ist halt Level 10, Alter. Das ist halt so geil. Nee, 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 nee. Jetzt ist so... Jetzt ist Abriss. Guck mal, der E-Giant, der ist... Der ist genau so. Der ist zwei Level höher als ein Turm. Was macht sein Turm mit dem E-Giant? Guck mal. Ja. Der Turm ermordet sich selbst. Der begeht Selbstmord. Guck mal. Krass, oder? Was zur Hölle? Das eigene Karte lebezint. Die tönt ja das komplette Spiel. Ja. Das war doch mit jeder anderen Karte zu flohen. Irgendwie schlecht und langsam. Oh, perfekt. Nicht Turm rei... Was? Nicht Turm? Nee, nee, nee. Der steht auch so über der Brücke. Ja, ja. Eigentlich schon, aber... Wie langsam, die brauchen wir eine halbe Stunde, um sie zu tun. Sparky hinten? Ja. Oh, oh. Egal, du hast... Mutterhexe und Mutterhexe hinten gleich. Mutterhexe hinten, damit die die Betz tötet. Dann kannst du, nee, du und dann, nee, du jetzt zurückgeben. Oh, scheiße. Okay, hat vor, aber egal, lässt du einfach fallen. Oh Gott, du alles weg. Egal, jetzt hier E-Giant vor. Ja, E-Giant und Septern. Oh Gott. Okay, du hast dann schon, der geht auf Flügel, der muss auf Flügel, da hat keiner, ob es gar nicht. Genau, perfekt. Ja, das ist okay. Okay, erstmal... Ja, das ist das Problem, wenn der Sparky raus ist, hast du halt wirklich absolut gar nichts gegen den Mega-Rotter. Holy shit. Macht ja gut. Meine Follower legen einfach, dann schau doch, ich hab mir tausend Follower gebraucht. Sau stark, Leute, sau stark. Wolltest du nicht so tun, oder? Ja, doch. Nee, oh mein Gott. Erd Feuerball, aber du musst irgendwas rausmachen. Auf Flügel gehen? Jetzt nicht direkt, der hat Mega-Rotter. Müssen wir, ja, bringt nichts. Okay, hast du Skami? Ja, heute ist es besser. Oh mein Gott. Das könnte gut werden. Ja, ja, ja. Du hast, 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 du hast. Du hast, 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 du hast. Du hast gewonnen, ich fass es nicht, let's go. Das ist es noch, das ist es noch. Der scheiß E-Giant of 10. Mutterhexe 10. Oh, diese Karte ist so bastel. Sparky 10. Es ist alles geil. Es ist einfach alles geil. 5200. Einfach. Und fast war hoch. 5200. Was ist der Rekord in der Challenge? Glaube ich gerade. Hat den gerade mit 5255. Der ist gerade am Zocken. Und Mortens Rekord? Ich habe 5254 sogar, oder? Ich bin zwei Wins dahinter. Ist richtig, ja. Mit zwei Wins wäre ich erster in der Free-to-Play-Challenge. Richtig. Wollen wir das machen? Ja, wir müssen es versuchen. Ey, mach jetzt noch so lange, bis wir verlieren. Okay. Das wäre schon geil. Vor Morten Platz 1. Also, dass ich selber in der Free-to-Play-Challenge vor Platz 1 global bin, das würde ich fühlen irgendwie. Da sehe ich mich auch. Ich finde ich. Oder Hexe. Ja. Oh, fuck it. Oh, Ice-Fugging Nado. Hast du... Nein, okay. Kommt auch kein Nado. Da kommt auch keiner mehr. Ja, ja, dann. Das ist zuerst einfach der Ton. Dann ist das so. E-Jine an die Brücke? Ja. Na ja, jetzt künstlerisch handweren. Ja, dem, was er jetzt hat. Vollsteller, ja? Vollsteller, ja, ja. Müssen wir, müssen wir jetzt all in. Oh, der Fokus, göttlich. Oh mein Gott, wär die Arsch, schade. Gut, das ist noch mal. Das ist cool. Der Top Star. Und der ist geraged. Und die ist eine Schweine auch noch. Ja. Er lacht. Geraged. Muss aufpassen auf den Loomknick. Ich will jetzt nichts mehr spielen. Erstmal. Erstmal warten. Ja, okay. Äh, Mutterhexe und dann Eismar Genedo. Gut, gut, gut. Das wird trotzdem ekelhafter Hit, aber egal. Eine kannst du verkaufen. Ja, weil Loon ist auch böse irgendwie, ne? Das ist richtig. Äh, gehen wir auf Three Crown oder links? Nein, du gehst erst mal auf warten. Nee, ich mein insgesamt. So, insgesamt ist du, kommt sehr drauf an. Setzen wir noch ein Sparky? Jetzt setzt uns. Sparky rechts. Ne, mach mal, ja, mach mal Holzfäller. Holzfäller rechts, oh Gott. Wenn er da Ritter spielt, wird es Sparky. Ja, über das Ritter setzen, setz Sparky. Sparky hinten. Super shit, aber egal. Eismar Genedo. Eismar Genedo. Eismar Genedo kommt nicht. Da hast du ihm keine Dings Value geben, ne? Keine Freeze Value, ja. Du musst den Eismar Genedo immer sehr hoch platzieren, damit ihr nicht deine beiden Türme... Damit ihr den früh freeze. Genau. Mutterhexe in den... Mutterhexe in den... Ja, er hätte jetzt wieder ein Potter. Das war's, leider. Schade. Ich möchte nicht verlieren, noch nicht. Ach, dicker. Oh, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Eismar Genedo ist auch so kühlregal. Lung ist ja ekel. Ey, das mag ich nicht. Aber wir finden nur 22. Wollen wir noch ein bisschen? Ja, klar. Ey, wir müssen das versuchen. Okay, okay, scheiße, Platz 1 werden. Auf geht's. Du hast jetzt vielleicht die einmalige Chance. Mal gucken. Ja. Ja, langfristig nicht mehr. Wenn wir das gleiche Deck haben, ist ja durch. Das könnte sein. Oh, Gott. Ja, ist vorbei für heute. Nein, nein, nein. Warte. 13er Packer. Du willst spielen? Ich will spielen. Ich spiele die Mutterhexe hinten. Ganz hinten, ganz hinten. Ganz hinten. Ich spiele sie hinten rechts und will gleich kiten. Rechts. Okay, wenn du es schaffst, dann bist du ein Profi. Du schaffst es. Ja. Jetzt der Kite. Sehr gut. Alter, Max. Okay, das ist immer noch keine Skavi. Ist ein bisschen bitter. Ach, Digga. Wie hässlich. Wobei, nee, du. Ja, doch. Du ziehst den Rand und spielst da die... Skavi? Nee, komm. Nee, komm. Ich muss trotzdem Skavi spielen, ja. Ja, hallo. Wie ist nix? Nix. Hopps. Deine Mutter. Oh. Nix bin? Ja. Nix. Jungs. Double kill, what the fuck? Vor 40.000 Leuten, wie geht's euch? So bad. Das ist ja so bad. Das habe ich in der 6. Klasse das letzte Mal von dem Oberstreber in der Klasse gehört. Alter, ja. Du wirst seit der 6. Klasse bis 2021 mit nix Jokes Hopps genommen. Big Spin, du hast noch nix gelernt. Ja, ich spiele auch auf. Nein. Ach, Level 12, weil da kotze ich doch so heftig im Strahl. Witzig, wie ich am kotzen bin. Nice Frage. Genau. Ich habe ich lieb viel Spaß bei... Gleichfalls. Tschö. Gleich ja auch rein. Nädest du in deinen Turm, in deinen anderen Turm noch ein. So bissel. Voll kackt. Gibt so genäducht. Oh, da passt noch n Hintergrund. Cool. Das ist Spaß. Aber warte mal. Ein Pekka Level 13. Was machen wir hier? Ja, du kannst vielleicht noch gewinnen. Wenn du jetzt Pekka spielt, spielst du das Bucky Same Name wieder. Ja, das hat auch Evo, Sepp und Freeze. Also der Typ hat... Evo, Sepp und Freeze und Pekka. Ja, Pekka Level 13. Ich sag mal, das ist besser, das nicht zu spielen. Allein ist die Chance, dass der Gegner während du noch zockst, 11k gehst, macht es worth, das Game zu zocken. Verstehst du? Guck mal, wie scheiße er ist. Gut, dann Freeze war jetzt auch scheiße, aber dann Sepp aber... Gucken wir, ich spiele wie die größte Kartoffel, Alter. Der kommt straight vom Feld. Ich bin wieder, setz und... Setz und Freeze. Äh, Trimax, wieso bist du auf 5,2? Oh, ist eine Norme bei mir. Ist mega nice. Ich habe tatsächlich geschafft, einen Rekord zu knacken, 5,255. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass du ihn gleich wieder knackst. Jetzt habe ich auch keine Bildschirmübertragung mehr, schade. Echt nicht, merken Sie so nicht? Ja, aber es war irgendwie ein Move, glaube ich. Das wusste ich eigentlich, dass wenn man ein Move, dass die Bildschirmübertragung ausgeht. Wie dumm ist Discord denn, hä? Scheiße, das war jetzt richtig bad. Ich hatte doppelt Dings, aber einfach wieder in Fernsehung. Tut mir leid, Dings, das wusste ich nicht. Ja, ich wollte mich eigentlich verabschieden, weil ich bin raus. Ich habe jetzt, ich habe zwei Rekord geknackt, aber danach wieder Level 13 gefasst und da habe ich kein Bock mehr drauf. Also, Alter, wisst ihr aber auch gerade. Das ist mega nice, oder? Ja, hat was. Na gut, ich wünsche euch viel Erfolg. Wir haben uns vielleicht wieder morgen. Ja, macht's gut. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Hau, Almsdarn. Hallo. Er kriegt halt doch wieder einen Hit durch, ne? Ja, das ist ein bisschen schmerzhaft. Aber guck mal, du steckst dich gegen Level 13 ziemlich gut sogar. Ist ja egal. Aber du jetzt... Ich sehe deine Hand jetzt nicht mehr. Oh, der Nier war bitter. Du hast verloren, schade. Die stirbt nicht, die stirbt nicht, die stirbt nicht. Scheiße, Alter, das war der einzige... Es war die einzige Chance. Das tut jetzt wie. 13er Packer? Füll ich nicht so viel. Ne, das ist richtig. Aber was hatte Flobby? 5255. Ja. 5255. Aber da ist dann auch irgendwie wirklich Schluss, Mann. Wenn du Bildschirm übertragen, Amazon... Ja, ich will das schaffen. Ja, dann auf geht's. Einmal Platz 1 wäre schon heftig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.